hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft im strand der uralten glaube ich war das oder werden wir gleich sehen strand der uralten komm komm ne der kommt nicht komm jetzt kommt immer noch nicht ach gut dann warten wir ich bin gerade wieder von schwimmen wieder gekommen meine rücke tut noch ein bisschen weh so viel brust schwimmen gemacht und ja deswegen bin ich mal wieder bisschen fertig wie eigentlich immer freitags wenn ich vom schwimmen kommen und sonst das wetter war ganz schön glaube ich ich war nicht viel draußen nur auf dem weg zur arbeit zurück zum schwimmen und wieder zurück obwohl ich müsste noch einkaufen fällt mir gerade ein strand der uralten sagt doch strand der uralte pflege nein ich will nicht fliegen naja ich will schon fliegen aber nicht so fliegen richtig fliegen richtig abheben so einen richtigen überflieger würd ich machen ja zehn neun acht sieben sechs warte mal da gibt es auch ein trick warte mal da gibt es auch ein trick ohne schuss gefahren warte mal« warte mal warte m warte mal warte mal warte mal naja, so sei ein toter du, ich kann schon gar nicht gebufft verliebt, ich sag gleich kaputt jetzt kommt erst das schiff an he is a shiitagi hey, was ist denn das hier? habe ich wieder lecks? ist hier wieder am lecken? kann doch nicht wahr sein oh Okay. das wird bestimmt eine richtig schnelle Runde die wir verlieren werden das war jetzt alles kaputt hier Mensch, fern doch mal klappt jetzt nicht mehr so äh, das ist doch total da sitzt einer drauf da sitzt auch einer drauf da ist einer mit einer Bombe da ist 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 also grün wieder gold aus da das da das das ist das Gau, gau, noch einen Schuss. So, schnell wiederholen. Eine Bombe. Ich dachte wir gehen über grün. Ach Mensch, hier macht doch jeder was er will. Na dann. Na dann eben nicht. Oh, cool. Ein Hexer war hier, ein Hexer war hier. Dann bin ich mich wieder. Okay, doch. Da ist keiner. Entweder mache ich das Tor schnell kaputt oder ich gehe entweder rum. Ach komm, mache ich das Tor schnell kaputt. Los, Bombe explodieren. Ich habe explodierte Bombe nicht. Bombe schon. Um. Um. Was ist das? Okay, das haben wir eingenommen. Ich renne zum Hafen und hole die nächste Belagerungspanzer. Und dann flitzen wir durch. So schnell wie das gerade ging mit den beiden Toren, müsste man es schaffen. Warten bis der andere Panzer da ist. Na, kommt einer hier. So, jetzt geht es los. So, jetzt geht es los. So, jetzt geht es los. Nice. Go, 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 go. So, jetzt geht es los. Da bleibt keiner die Flagge hier eingenommen. Was macht das denn keiner? Na ja, ich denke, es wird nichts mehr. Eine Minute noch. So, da ist einer. Ein bisschen schneller. Das Golden Tor ist zerstört. So, jetzt geht es los. So, jetzt geht es los. So, ich bin gleich rausgegangen. Welcher Platz war ich gewesen? Ich glaube 6 oder sowas. Na ja, geil. Ich bin nochmal hier nach. In Steinkrein. Äh, Tiefenhain. Genau. Steinkrein gebühren. In Tiefenhain. Ich möchte noch die letzten Questen verdienen machen. Dann bin ich hier raus. So, ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch am nächsten Mal wieder bei euch sagt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschö tschu tschu. Vielen Dank.